Was ist die MX100 und MX105? MX100 und MX105 sind unsere Touring-Schuhe, das heißt ideal für Touring- und Alpencross geeignet. Der MX105 hat eine griffige Gummisohle und mit der Möglichkeit, SPD-kompatible Klicksysteme zu verwenden, hat eine Schnürung und die Möglichkeit, die Schnürsenkel unter einer Lasche zu verstauen. Der MX105 ist die hochwertigere Variante vom MX100, das heißt Einsatzzweck ist auch Touring- und Alpencross, aber mit hochwertigeren Materialien. Dies ist gewachstes Leinen mit einer wasserdichten Membran, das heißt dieser Schuh ist sehr wasserabweisend und kann somit auch sehr gut in der Übergangszeit verwendet werden. Außerdem hat der MX105 das Boa-Einstellsystem, was die Vorteile vom Schnürsystem mit einem Ratschen- oder Klettsystem verbindet, das heißt die Schnelligkeit vom Klettsystem, aber die bessere Schnürung vom Schnürsystem. Der MX105 hat zusätzlich auch die Sohle von der Firma Vibram, die sehr hochwertige, sehr griffige Gummisohlen verbauen.